Seit dem 7. Juni kann theoretisch jeder Bürger ab zwölf Jahren in Mecklenburg-Vorpommern einen Impftermin erhalten. Obwohl die Impfpriorisierung in Arztpraxen entfällt, sind die Termine rar. Grund dafür ist fehlender Impfstoff. Für den Monat Juni wurden 560.000 Dosen versprochen. Diese Zahl liegt allerdings weit unter der möglichen Impfkapazität des Landes. Derzeit sind etwa 45 Prozent der Menschen erst geimpft. Bis zum 20. Juni sollen es 50 Prozent sein. Laut Gesundheitsministerium haben Zweitimpfungen momentan Priorität. Aus diesem Grund mussten einige lang ersehnte Termine für Erstimpfungen abgesagt werden, denn der Impfstoff reicht nicht. Deshalb wurde auch eine Sonderimpfaktion für die Ministerien gekippt. Da eine Prioritätsstufe nicht mehr notwendig ist, können sich alle Beschäftigten nun auch privat um einen Impftermin bewerben.